Mein Name ist Gabriele Giannetta. Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin auf der Linksverteidiger-Position. Meine bisherigen Vereine waren der FC Arminia Ludwigshafen. Meine Vorbilder sind Messi und Marcelo. Meine persönlichen Ziele sind es, immer besser zu werden und mich weiterzuentwickeln. Und die Ziele meiner Mannschaft sind, als Team besser zu werden und gut abzuschneiden in der Liga.